Die Entschuldigung war ja mal was. Komm schon, wir brauchen Licht. Sei nett zu unserem Helfer. Also, wie ist die Schule? Ich bin schon fertig. Freiluftstudien. Oh, Freiluftstudien. Tja, ganz gut, dass ich vorbeigekommen bin, was? Die Scheune hab ich für eure Mutter gebaut. Was ist mit dem Sicherungskasten? Hab nach der Reparatur einer Sicherung vergessen, ihn wieder zusammenzubauen. Ein Schaltkreis war schon. Etwas abgenutzt. Ich hab ihn wieder gerichtet. So, wie es eure Mutter gewollt hätte. Sie bevorzugte es, Dinge zu reparieren, statt sie wegzuschmeißen. Egal. Wo ist der verdammte Schlüssel? Halt. Halt mal, Sam. Du hast noch mehr Schlüssel? Ja. Der für die Scheune ist ein Bahnschlüssel. Hier, der hat diese Spitze, die Mann. Faszinierend. Die nehm ich dir dann mal ab. Naja, ich dachte, hier wären vielleicht ein paar Wartungsarbeiten nötig, also... Nein. Alles gut. Danke. Kleine Warnung. Tür ist launisch. Hast du dich denn nicht um das Haus gekümmert? Und die Türen geölt? Was? Denkst du, ich häng hier den ganzen Tag lang rum? Junge, lass mich mal versuchen. Schon gut. Wenn du den Griff so weit wie möglich nach links gedreht hast, gib ihr einen kleinen... Oh! Verdammt. Ach, Mist. Naja, zumindest ist die Tür jetzt offen. Ja. Das ist leicht zu reparieren. Jetzt zum Sicherungskasten. Oh, nein. Okay. Sicherung zu Stecker. Klingt doch ganz einfach. Okay. Sehen wir uns was mal an. Was ansehen. Der ganze Pfosten muss ausgetauscht werden. Äh, ich muss hier nur was abschmuggeln. Du könntest sie komplett nachbearbeiten, aber... Hm. Keine alte Tür ist das viel Aufwand. Und Borax. Mhm. Und wahrscheinlich auch Föhn. Ich lüfte die Scheune so gut es eben geht. Und öle sie im Frühling. Kleinöl? Bloß nicht. Das Zeug ist eine Brutstätte für Schimmel. Dafür brauchst du Teaköl. Verdammt. Hey. Geht nicht auf. Mach mal. Hm. Sieht gut aus. Verdammter Narr. Ist alles okay? Eher. Zwei scheint alles unter Kontrolle zu haben, also. Tja. Was war das denn? Was tun wir nur mit diesem Wrack? Auseinandernehmen und die Teile verkaufen? Nur zu. Sieht für mich aber wie ein Haufen Schrott aus. Wo du Schrott siehst, sehe ich Geldscheine. Hab Maryans Versteck gefunden. Blaubeeren, Blaubeeren, Lachsbären. Ah. Birke und Weidenröschen? Schmeckt bestimmt wie eingeschränkte Freiheit und um neun Uhr Licht aus. Die sind definitiv schlecht. Soweit ich weiß, waren die schon immer schlecht. Läuft Dosenessen wirklich ab? Ich meine, die sind doch luftdicht, oder? Äh, ich probiere das bestimmt nicht aus. Hallo, mein kleiner Freund. Spricht du mit einer Spinne? Die ist hoffentlich schön klein. Ignorier die fiese Tante, meine achtbeinige Schönheit. Oh Mann, das wird der coolste Werkzeugkasten aller Zeiten. Guck mal hier. Hier hat sie bestimmt all unsere Spielsachen gemacht. Sie war echt gut darin. Und sie konnte zeichnen und schreiben und fotografieren. Sie hätte was draus machen sollen, anstatt sich hier draußen abzuschotten. Papierrollen, Seile, Kartons. Was sie damit wohl bauen wollte? Ein Auto? Uh, ein Panzer! Allison, weißt du, wer das ist? Was hast du da? Weißt du, wer das ist? Äh, ja. Das ist Carol, Eddies Mutter. Ich hab Fotos von ihr gesehen, aber nicht das hier. Guck dir Brown an. Und Marianne. Sie wirkt richtig glücklich. Darf ich? Pass auf, das Glas ist... Au! ...kaputt. Geht's dir gut? Es brennt. Geh mit zu Mom. Dann wird sie böse. Wir sollten ja gar nicht hier sein. Ich fühle etwas Starkes. Meine Zähne kribbeln. Komm schon. Das entzündet sich noch. Äh, ich will nicht. Wir sollten sie und Eddie nicht stören. Wo willst du hin? Als sie noch hier war, war alles anders. Wir waren eine Familie, Eddie. Wie konntest du mir das antun? Hör zu. Ich musste anrufen. Was haben Sie besprochen? Ich kann's mir nicht zusammenreiben. Keine Ahnung, aber... Ich weiß noch, dass egal, was Eddie tun musste, wovon der Anruf handelte, ihn das sehr aufgewühlt hat. Aufgewühlt? Er machte ganz auf Bulle, Marianne wurde sauer und schmiss ihn raus. Hier, ich zeige dir meine Erinnerung. Da, am Haus. Ich musste anrufen. So verlangt es das Gesetz. Ach ja? Und ein kleiner Besuch hier? Was hält das Gesetz davor, hm? Hey, ich hätte nicht kommen müssen, aber ich... Du verdammter Heuchler! Hau einfach ab! Marianne! Ich sagte, hau ab! Geh! Was? Sie hat das Bild nicht geworfen. Bist du sicher? Er war ein echtes Arschloch. Wie kannst du sicher sein? Wir haben nur gelauscht. Wir konnten kaum was sehen. Was ist deiner Meinung nach passiert? Was ist deiner Meinung nach passiert? Was ist passiert? Ich musste anrufen. So verlangt es das Protokoll. Dazu bin ich rechtlich verpflichtet. Warum bist du denn hier? Das steht ganz sicher nicht im Protokoll. Ich wollte, dass du es von mir hörst. Bitte geh jetzt! Mary Ann, tut mir leid. Bitte geh einfach. Wieso unterscheiden sich unsere Erinnerungen ständig so sehr? Es ist lange her und... Naja, Erinnerungen können verschwimmen. Warte. Wann war das? Ich... Ich weiß nicht. Ich glaube, es war genau an dem Tag, als sie dich angriff. Das dachte ich mir. Aber Eddie meinte, er hätte Mary Ann ewig nicht gesehen. Ja, das war gelogen. Und was sollte das alles mit dem Protokoll? Was genau wollte er hier? Weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sollten keine vorschnellen Schlüsse ziehen. Hör mal. Ich weiß, dass er für dich da war. Aber das heißt nicht, dass er nicht lügen kann. Diese Kälte gegenüber Mary Ann passt nicht zu ihm. Selbst wenn er auf Bulle machte. Naja, finde ich schon. Aber wer weiß. Erinnerungen können trügerisch sein, was? Verschwinde! Verschwinde! Ich weiß, du hast nur deinen Job gemacht. Aber ich will, dass du gehst, bevor etwas passiert. Matt, geh einfach. Okay. Sagen wir, Brown hat sich wegen der Neuigkeiten wirklich schlecht gefühlt. Trotzdem war es der Tag ihres Angriffs. Es bleibt eine Lüge. Und jetzt? Wir gehen los und verlangen eine Antwort von ihm. Jetzt sofort? Ja. Ich hole meine Schlüssel. Aber was wird ohne uns aus diesen Müll bergen? Scheiß auf Müll. Ich bin nicht sein größter Fan. Aber er spricht immer von Wahrheit und Gesetz und so. Musst du dich darüber so freuen? Was? Auf so etwas hast du doch nur gewartet. Etwas, das beweist, dass Eddie ein Arsch ist. Aber deine Schadenfreude ist nicht cool. Es ist Tina. Ich muss ran gehen. Ja, warte kurz. Ich parke das Auto. Dann verdreht ich mir wohl mal die Beine. Nein. Gib mir eine Sekunde. Okay, Tina. Was ist los? Hi, Süße. Ich habe jemanden, der super gern das Haus sehen würde. Oh, das ist super. Äh, wann? Die Person ist nur kurzzeitig in der Stadt, also würde sie es sich übermorgen anschauen. Oh. Ich weiß nicht, ob das geht. Süße. Dieser Typ ist sehr interessiert, aber ich weiß, dass er sich auch andere Objekte ansieht. Und es ist nicht so, als würden euch die Leute die Türen einrennen. Dafür bin ich auch dankbar, aber bei uns ist ziemlich viel los. Habe ich erwähnt, dass er in bar bezahlen will. Tu es. Ja? Ja. Klasse. Dann mache ich hier alles fertig und schicke dir später die Details. Bis später, Süße. Da hast du ja einen hübschen Fleck gefunden. Wir waren hier schon mal, oder? Ich habe das Gefühl, dass ich hier schon mal war. Äh, Tina? Tina West, die Maklerin. Ach, die, Tina. Was wollte sie? Naja, es gibt einen Interessenten. Tina zeigt ihm übermorgen das Haus. Oh. Klasse. Er will anscheinend in Bar zahlen, aber er ist nur ein paar Tage in der Stadt, also. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern nur eine Besichtigung. Ich weiß. Hör zu. Wir beide brauchen das Geld. Und es dauert ja bestimmt ein paar Wochen, oder? Genug Zeit, um mehr über Marianne herauszufinden. Schon okay. Du hast Ja gesagt. Erledigt. Weiter geht's. Also, unser Gespräch, bevor Tina anrief? Ja. Ich freue mich nicht, dass dein Pflegevater gelogen hat. Ach ja? Klang aber ganz danach. Er hat Infos über Marianne verheimlicht. Weiß ich. Du musst es nur nicht so hochspielen. Du lässt ihm immer alles durchgehen, weil es dir sonst unangenehm wäre. Ich lass nicht alles durchgehen. Es ist nur... ...schwierig. Die ganze verdammte Situation ist schwierig. Meinst du, mir gefällt die Scheiße, die wir über Tessa erfahren haben? Diese Stadt. Diese Leute. Für dich sind sie nur Erinnerungen. Aber das ist mein Zuhause-Teiler. Meine Freunde. Meine Familie. Ich suche auch nach Antworten. Aber ich will nicht mein ganzes Leben hier dafür aufs Spiel setzen. Du scheinst Freunde und Familie ja recht schnell hinter dir lassen zu wollen, Alison. Bei der Aussicht auf Kohle bist du gesprungen. Ich bin bereit für Neues. Aber das heißt nicht, dass ich alle Brücken hinter mir abreißen will. Unsere Stadt sieht von hier ganz schön hübsch aus. Was? Du hängst mehr an diesem Ort, als du zugeben willst. Du willst also wirklich an einem so abgeschiedenen Ort wie dem hier leben? Allein in einer Höhle? Als Sprecher der Bäume? Ja. Ist das wirklich so schwer, das zu glauben? Und wer soll dich bitte besuchen kommen? Mitten im Nirgendwo? Naja, ich hatte da an dich gedacht. Spürst du das, Tai? Ja. Hab dich! Nordstern! Okay, jetzt bist du der Stern und ich bin der Kompass. Okay. Und nicht schummeln. Letztes Mal hast du mir falsche Hinweise gegeben. Hab ich nicht. Hast du wohl. Okay, okay. Ich mach es nicht nochmal. Du hast immer gesagt, ich würde schummeln. Na, das war ja auch so. Das war ein cooles Spiel. Zu fühlen, was du fühlst und dich so aufzuspüren. Okay. Niemand konnte es mit uns spielen. Das war das Schöne daran. Echt jetzt? Wolltest du nie andere Freunde? Nee, nicht wirklich. Ich meine, wir hatten ja uns. Das hat mir gereicht. Hey. Entschuldige, dass ich das mit Tina vorhin allein ausgemacht hab. Schon okay. Es war wohl die richtige Entscheidung. Du hattest recht, mich vorhin anzugehen. Ich war echt ein Arsch wegen Eddie. Man sollte die Siege feiern, wie sie kommen. Aber vielleicht nicht auf Kosten meiner Vaterfigur. Ich geb mir Mühe. Also, ich muss dich warnen. Ich weiß nicht, ob Eddie uns Antworten geben wird. Er hat keine Wahl. Wir sind nicht mehr zehn Jahre alt. Er will mich vor allem beschützen. Berufskrankheit. Er hat sich immer Sorgen gemacht, weil ich in der Schule gemieden wurde. Also ließ er mich diese riesen Geburtstagsfeiern veranstalten und alle einladen. Und dann kamen auch alle, weil du die Tochter des Polizeichefs warst. Bingo. Aber dann hat niemand mit mir geredet. Also fühlte ich mich fremd in meinem eigenen Haus. Das Gefühl kenne ich. Unglaublich, dass die alte Konservenfabrik noch offen ist. Es gibt ja immer noch Wische mehr. Bis jetzt. Weißt du noch, als beide Brücken eingestürzt sind? Ja. Sie haben eine Woche gebraucht, um die Straßen wieder zu öffnen. Und Sam musste uns mit dem Boot beliefern. Es war, als lebten wir auf einer einsamen Insel. Nur viel kälter. Man, sowas würde ich auch gern können. Komm schon. Du bist auch richtig gut. Aber damit kann ich mich nicht messen. Du musst aufhören, dich selbst kleinzureden. Hey, schau mal hier. Aha. Er ist wirklich noch da. Ich wusste, dass wir hier waren. Wir machten es zum Teil des Ronin-Reiches. Das ist es immer noch. Es braucht nur ein kleines Update. Was machst du da? Was ich damals schon tun wollte. Wofür ich aber zu feige war. So, sieht schon besser aus. Stimmt. Viel besser. Wofür ich aber zu feige war. Wofür ich nicht? Wofür ich aber zu feigen war. Wofür ich keine珍 Ich wusste, dass ich die P Gene Sache und dieses Automatikverein Wofür ich jetzt sagen können.